Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Mein Name ist Shalya Stevens und ich bin der virtuelle Coach von Shalya Stevens.com, wo wir Experten und Solopreneuren beibringen, wie sie sich erfolgreich auf dem Markt positionieren, kontinuierlich ideale Kunden gewinnen und ihre Expertise zu Business machen. Und du bist hier richtig, wenn du Coach bist, Trainer, Berater oder ein anderer herzgetriebener Dienstleister. Was ist ein herzgetriebener Dienstleister? Das ist ein Mensch, der ein Riesenherz hat für anderen und der oder die ihren Kunden in großen Sprüngen voran helfen möchte, sowohl beruflich wie auch privat. Was erwartet dich auf diesem Kanal? Hier findest du Business und Marketing, Informationen, Tipps und Erfahrungsberichte, die dir helfen werden, ein Business aufzubauen, das du liebst und von dem du gut leben kannst. Und wie du auch hier sehen kannst, legen wir einen Wert auf große Freiheit in deinem Business. Ich bin hier in Italien, wo ich mein Geschäft durchführe, auch von Deutschland und der Schweiz aus. Also es geht hier um ein freies und selbstbestimmtes Business, was du aufbauen kannst. Du findest hier ebenfalls Tipps und Informationen und Diskussionen und Gespräche über das Thema Bewusstsein, die wichtige, eine richtige innere Einstellung für einen spannenden Erfolg. Du solltest ja nicht in einem eigenen neuen Unternehmerhamsterrad landen, wenn du dich selbstständig machst, sondern frei, kreativ, selbstbestimmt bleiben. Und diese Bewusstseinsinformationen werden dir dabei helfen. Außerdem findest du hier Erfolgsstories und Kundenstimmen von meinen aktuellen und bisherigen Kunden, sowohl im 1 zu 1 als auch in den Gruppenprogrammen. Und außerdem Gastauftritte und Interviews, wo ich bei anderen Leuten auf ihrem YouTube-Kanal oder in ihrem Podcast auftrete. Du bist hier herzlich, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du dort bist. Und wenn du möchtest, wenn die Videos dir gefallen und dich ansprechen, abonniere das Kanal oder besuche mich auch auf shaliastevens.com. Ich freue mich auf dich und bis sehr bald. See you online. Tschüss.